Und weiter geht's mit Assassin's Creed 3 und endlich können wir uns die Story vollkommen widmen, nachdem ich die Mission beendet habe. Dann haben wir nämlich Captain Kids Schatz komplett erledigt und die Siedlungsmission, da kann man doch von dem Mission zufrieden sein mit. Auf, auf in die Mission, Mission, Mission. Und ich habe mit Absicht nicht die Untergrund erkundet, da würden wir nämlich auch 2-3 Folgen pro Untergrund hängen, entweder von Boston oder von New York halt. Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Ja, jetzt heißt es, das Signalfeuer entzünden, würde ich mal behaupten. Lade Bildschirm, lade Bildschirm, lade Bildschirm. Ähm. Junge, du hast dir einen schlechten Moment für deine Pause ausgesucht. Auf dem Weg zum Signal vorher nicht entdecken lassen, Zeit nämlich für reichenden Signalton, nämlich für die Zeit für das 50%. Nicht entdecken lassen. Ich glaube, das wird das Schwierigste. Alter, was hat denn der gerade da gemacht? Hat der gerade gesagt, hey, der Bastard will abhauen? Hab ich das richtig verstanden? Der Bastard will abhauen? Warte mal. Da müssen wir ganz schnell sein, da müssen wir ganz schnell sein. Scheiße, 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 scheiße. Gott sei Dank. Den bringe ich noch schnell. Um. Guter Gott, du siehst schlimm aus. Woher denn? So. Hab ich meine Ruhe von den Typen. Sehr schöne. Da ist niemand. Oh, keine Gesundheit verloren. Ich hab jetzt nur noch das Limit. Das darf ich ja nicht vergessen. Oh, 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 oh. Alter, wie viel ETF? Wie viele Typen sind denn hier? Alter. Alter, wie die Typen nerven, ich hab nur noch 1,15 beziehungsweise 1,10 um da hochzukommen. Toll, jetzt komm ich hier nicht erst im Haufen. Der hat das gehört, willst du mich verarschen? Halt da, geh doch mal weg, Junge. Alter, das schaffe ich nicht mehr. Alter, versteck dich doch da unten drinnen. Klare Schusslinie. Ja, Zeitlimit hab ich nicht erreicht. Dreh dich weg. Mit uns unentdeckt möchte ich gern hier hochkommen. Alter. Bisschen verarschen. Connor. Na, wir gehen genau im Visier. Zurück mit dir, du Wiener Freitag. Ganz ehrlich, es ist gerade scheißegal mit dem Entdeckten, wenn er mal klettern würde, würde ich mich tierisch darüber freuen. Oh nein. Guck dir lieber die Wand an. Alter. Oh, danke. Warum feifst du? Interagieren. Idiot. Und es hat Kimo gemacht. Das sag ich viel zu oft. Oha. Da hat uns mal selber was erwischt. Ich muss in das, in das vorgelassen. Charles Lee eliminieren. Was kommt jetzt? Ich bin nicht in der Verfassung zu kämpfen. Ich muss den Wachen ausweichen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich müssen wir das nicht steuern. Das wäre katastrophal. Wo bist du, Charles? Fort. Haysim. Aua. Aua. Komm schon. Du, du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee. Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlaschen und getabelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Ähm. Mit dem Zustand kämpfen? Einige Gegner sind wie schnell als andere. Du tust als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die meinen zu fassen. In der Nähe von Gegenständen kontern. So. Ab auf den Tisch. Aua. Komm mit. Da ist ein Tisch. So. Wo sind noch mehr Gegenstände? Da ist noch ein Tisch. Ne, hier ist ein Fass. Komm. Obwohl alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar das Gegenteil bewiesen hat. Wir haben deinem Volk nichts gibt. Wir unterstützen die Krone nicht. Wir wollten dem Land Einheit und Frieden bringen. Alter. Unter uns wären alle Menschen gleich. Bin ich mir nicht sicher. Ähm. Hast du das? Was? Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte von einem Todgeweihten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo. Keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Tut mir leid. Ach. Ich glaube nicht, ich hätte vor, deine Wange zu streicheln und mir Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ach. Dennoch. Bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit. Stärke. Courage. Alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg ist herauszufinden. Den Daten folgen. Lies letzte Zuflucht. Ein schwieriges Ende. Erfolg freigeschaltet. Mission beendet. Bip. Bip. Ich wünsche dir 50% Lebens. Habe ich behalten. Er nun synchronisiert. Sequenz 11 beendet. Elf. 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 Oh. Hoppala. Das war mein Mikrofon, wo ich vorher geklickt habe. War leid. Charles Lee führt nun den Templerordner an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Sequenz 12 New York 1782 Hey, ist ein bisschen unbemerkt zu Liege lang. Wir sind heute hier, um eines Mannes mit einer Vision zu gedenken. Der die Welt verändert wollte. Und er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns, oder sie finden den Tod. Und dann, meine Freunde, wird all das endlich uns gehören. Dafür schulden wir Haven Dank. Ihm und all jenen, die sich für unsere Sache opferten. Doch er war nicht damit zufrieden, das Volk von Amerika zu retten. Nein. Er wollte sogar unsere Erzfeinde. Hm. Wieso kamen die Urplätze hinter uns gespawnt? Au. Er schickte mich fort. Damals. In Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst... Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen. Und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande. Den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt. Dein Dorf und seine Bewohner. Alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bring dir ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Hm, ich glaube wir werden nicht weg. Der Mensch für eliminierte Rohdrücke. Alle seltener eliminieren. Nein, ich bleib bei der Forst. Okay. Brauche ich nicht. So. Alle seltener eliminieren. Wenn ich nur 50. Das ist für eine Synchronisation. Neun Stück. Ne, acht Stück darf ich noch. Aber es sind nicht mehr. Noch sechs. Fünf. Ja, es sind genau fünf. So. Wieso war das eigentlich immer eben ganz schön so rotgehalten? Blutig, weil wir verletzt sind? So. Verschwinde. Das wären alle seltener gewesen. Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Besuch sein, Mann. Ciao. Ciao.